Überlegt euch, dass ihr in einem Schuhladen arbeitet und ihr seid einfach Schuhverkäufer oder Schuhverkäuferin. Und dann werdet ihr etwas Interessantes erleben. Ihr werdet überall nur noch Schuhe sehen. Ihr werdet sehen, wer den neuesten und hipsten Style anhat. Ihr werdet sehen, wer dringend neue Schuhe bräuchte. Und die Welt scheint voll mit Schuhen zu sein. Überall, wo ihr hinschaut. Nun, warum ist das nun so? Es hat damit zu tun, weil wir den ganzen lieben langen Tag damit beschäftigt sind, anderen Menschen dabei zu helfen, die richtigen Schuhe zu finden. Diese mentalen Samen gelangen nun in unseren Geist und hocken dort für einen Tag oder länger, vielleicht ein Jahr, in unserem Geist und reifen. Und wenn sie dann reifen, dann sehen wir Schuhe, die irgendjemand anderes anhat. Ähnlich wie andere Samen in der Natur, haben die mentalen Samen die Eigenschaft, mit der Zeit viel größer zu werden, als sie ursprünglich waren. Wir können zum Beispiel auf wundersame Weise aus einem einzigen kleinen Samen einen tonnenschweren Baum erzeugen. Aber auch unsere Körperzellen, Milliarden an der Anzahl, die uns unseren Körper ermöglichen, sind entstanden, ganz zu Anfang, mit zwei Zellen. Und das Ergebnis ist dabei ein Mix aus Papa- und Mama-Zelle. Ein Blick in den Spiegel wird daran keinen Zweifel lassen. Kommen wir nun zurück zum Supermarkt, wo wir gerade dabei sind, dem Kassierer Geld zu übergeben, um unseren in finanzielle Nöte geratenen Nachbarn zu helfen. Wir beobachten uns nun dabei, wie wir zum Beispiel 20 Dollar ausgeben, um zu helfen. Und eben dies pflanzt den Samen, nämlich den Geldsamen, in unseren Geist. Dieser mentale Samen bleibt nun im unbewussten Bereich des Geistes und wächst. So lange, bis wir beispielsweise vielleicht zum Morgenfrühstück die Zeitung lesen und nach Aktien und Wertpapieren Ausschau halten, um Geld für unsere Rente zu investieren. Eventuell sehen wir dann, aus noch teilweise unerklärlichen Gründen, ein Unternehmen namens Google und haben das Gefühl, dass in dieser Aktie und in diesem Unternehmen großes Potenzial stecken würde und wir mit ihr sehr viel Geld verdienen könnten. Und so machen wir uns auf den Weg, um uns ein paar Aktien, in diesem Fall Google-Aktien, zuzulegen. Und kurze Zeit später hocken wir auf einen großen finanziellen Polster. Was man verstehen muss, ist nun, dass die Ursache dafür, dass man in den Google-Aktien großes Gewinnpotenzial sieht, ursächlich damit zusammenhängt, dass man früher einen Geldsamen in seinen Geist gepflanzt hat, während man seinem Nachbarn, der in Geldnöten waren, geholfen hat. Und weil nun die Samen in unserem Geist mit der Zeit größer werden, sind aus diesen ursprünglichen 20 Dollar nun 200 Dollar Profit am Aktienmarkt geworden. Wir haben also unseren Taka aufgeladen mit den Samen, die wir in unserem eigenen Geist gepflanzt haben, in dem Augenblick, als wir eine gute, helfende Tat komplettiert bzw. abgeschlossen haben.